Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CC2 TV. Früher war alles besser. Zumindest ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken daran, dass es so war. Und bei ein bisschen mehr Nachdenken stelle ich dann relativ schnell fest, nee, Käse stimmt in den allermeisten Fällen gar nicht. Aber wir hegen wahrscheinlich alle so ein bisschen. Die Erinnerungen daran, wie die Dinge früher waren, schöne Dinge früher waren, die sich so auch gar nicht mehr wiederholen lassen oder zumindest nicht in der Art und Weise wiederholen lassen, wie wir sie damals erlebt haben. Das ist wahrscheinlich eine zutiefst menschliche Sache. Das geht mir auch bei Betriebssystemen so. Das ist jetzt ein harter Übergang, ich weiß. Aber immer wenn mal irgendwas nicht läuft, dann sehne ich mich so ein bisschen zurück nach der guten alten Zeit, als es nicht tausend Stellschrauben gab für ein Problem, sondern nur hundert. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Trugschluss. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, an dem ich das vielleicht festmachen kann. Früher war es so, dass die Soundarchitektur des Betriebssystems relativ einfach gehalten war. Es gab einen Treiber, der dem Betriebssystem gesagt hat, wie die Soundkarte angesprochen werden möchte. Und dann haben die Programme, die den Sound ausgegeben haben, direkt auf diese Soundkarte geschrieben. Wollte zur gleichen Zeit ein anderes Programm noch einen Ton von sich geben, dann gab es eine Fehlermeldung. Früher meint jetzt hier so die 90er Jahre, die frühen 2000er Jahre. Heute ist das anders. Da hat man im Betriebssystem eine Abstraktionsebene eingeschoben und die Komplexität damit natürlich erhöht. Komplexität ist immer eine ärgerliche Sache, aber es geht in dem Fall nicht anders, wenn man Flexibilität haben möchte. Das bedeutet, diese Abstraktionsebene, die holt sich von allen Programmen, die einen Ton von sich geben möchten, die Daten ab, mischt die zusammen, wandelt eventuell unterschiedliche Sample-Raten noch um und gibt das dann aus auf die Soundkarte. Und dazu kommen dann ja noch so Gimmicks wie zu sagen, das eine Programm schreibt auf den analogen Ausgang der Soundkarte, das andere Programm gibt den Ton über HDMI aus. Und wenn ich meinen Bluetooth-Lautsprecher einschalte, dann soll automatisch auf diesen Lautsprecher umgeschaltet werden. Das wäre früher in dieser Art und Weise alles gar nicht denkbar gewesen. Wir haben also sehr viel Komplexität dazu bekommen und gleichzeitig die Flexibilität erhöht. Also eigentlich ein Fortschritt, der aber, und das kennen Sie wahrscheinlich aus eigenem Erleben genauso wie ich, der zu einem Ärgernis wird in dem Moment, wo irgendwas mal nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Und da gibt es sehr viele Dinge, die schief gehen können. Ja, warum erzähle ich das alles? Nämlich, ich möchte heute über ein Betriebssystem sprechen, das gleichzeitig aktuell ist und auch irgendwo so ein bisschen retro ist. Wir werden das gleich sehen. Die Sache ist ja, unsere aktuellen Betriebssysteme schleppen seit vielen Jahrzehnten ihren alten Code mit sich. Das hat einfach die Ursache, dass die Entwicklung eines modernen Betriebssystems mit dieser ganzen geschilderten Komplexität einfach eine unglaubliche Mammutaufgabe ist. Diese Mammutaufgabe bedeutet gleichzeitig, es wäre total unwirtschaftlich, nochmal neu anzufangen. Bedeutet auf der anderen Seite aber, dass wir mit Dingen, mit Vorstellungen, die wir vor Jahrzehnten ersonnen haben, immer noch klarkommen müssen. Ich vergleiche das gerne mit einem älteren Haus, in dem Sie vielleicht wohnen. Da ist die Raumaufteilung vielleicht nicht so, wie Sie das gerne hätten. Die hat sich als unpraktisch herausgestellt. Das Problem ist nur, das sind alles tragende Mauern. Sie können nicht einfach die Räume neu umdefinieren. Sie müssen sich irgendwie damit arrangieren, dass es so ist. Denn das Haus abreißen und neu bauen, das wäre genauso unwirtschaftlich, wie ein Betriebssystem nochmal komplett neu zu entwickeln. Und trotzdem geschieht es ab und zu, dass neue Betriebssysteme entwickelt werden. Ein Beispiel ist Fuchsia OS, was so ein bisschen in aller Stille im Hintergrund von Google entwickelt wird. Und was eventuell, so vermutet man, mal Android ablösen könnte als Betriebssystem. Denn Android ist streng genommen ja auch kein neues eigenes Betriebssystem, sondern es baut auf einem Linux-Kern auf. Genauso wie macOS und iOS auf einem Unix-Kern aufbauen. Also Sie sehen, dass eigentlich alles, mit dem wir arbeiten heutzutage an Betriebssystemen, ja eine relativ alte Geschichte sind. Und eine Idee, die vor 25 Jahren entstanden ist und bis heute weiterentwickelt wird, die möchte ich heute mal beleuchten. Es geht nämlich um einen freien Nachbau von Windows, als Open Source dann tatsächlich. Es soll aussehen wie Windows, es soll die Programme, die unter Windows laufen, ausführen, aber es ist kein Windows. Und wie das funktioniert und wo da der Haken ist, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Nun, die Rede ist von ReactOS oder ReactOS, eine Entwicklung, ein Mammutprojekt, das im Wesentlichen von zwei hauptberuflichen Entwicklern, soweit ich das verstanden habe, vorangetrieben wird, sowie natürlich weiteren Mitwirkenden. Was würden Sie da jetzt gleich erwarten? Wir werden eine Oberfläche sehen, die mich persönlich an Windows 2000 erinnert. Bei einem Projekt, das im Jahr 2020 das letzte Release rausgebracht hat. Und es steht zu vermuten, dass auch im Jahr 2021 in den nächsten Monaten noch ein weiteres Release folgt. Warum das so ist, das werde ich gleich erklären. Sie warten jetzt wahrscheinlich darauf, dass ich hier endlich auf diesen Einschalter von dem Rechner, der vor mir steht, drücke, damit da auf dem Bildschirm mal was passiert. Recht haben Sie. Das machen wir mal. Die Experten unter Ihnen werden es wahrscheinlich längst gesehen haben. Das hier ist kein taufrischer Rechner, der da vor mir steht, sondern es ist ein Gerät, was so 15 Jahre, 16 Jahre etwa sicherlich alt ist. Warum das so ist, darauf komme ich dann auch nachher noch zu sprechen. So, wir sehen das jetzt hier, also der Reaktor S meldet sich hier erstmal mit einem Bootloader, einem Bootmenü. Und wir sehen das wie bei Windows, es gibt einen abgesicherten Modus. Es gibt hier nicht einen, es gibt hier verschiedene mit Debug-Meldungen und so weiter. Und wir werden jetzt auch im Laufe der nächsten Minuten immer wieder sehen, dass teilweise wirklich penibel genau Windows nachgeahmt wurde. Dialoge, Logiken, Programme, Programmoberflächen, das werden wir jetzt immer wieder sehen. Ich starte das hier einfach mal. Auch dieser kurze Fortschrittsbalken, den wir da jetzt gerade eben durchlaufen sehen haben, erinnert mich an Windows 2000. Der kam da auch immer kurz bevor das Logo kam. So, und jetzt ist es nicht abgestürzt, sondern es wird gleich die Oberfläche kommen. Und ja, das ging doch einigermaßen schnell. Also ich denke, ich habe nichts Falsches versprochen, wenn ich gesagt habe, es erinnert mich an Frappide, an Windows 2000. Und wir können jetzt mal hier durchgehen. Wir haben also hier das Startmenü. Dann können wir hier oben in Programme gehen und da sehen wir so Programme, die wir hier installiert haben. Wir gehen in Zubehör und hier unten mal in Paint. Und das ist jetzt nicht das Microsoft Paint Programm von der damaligen Zeit, sondern das hier ist eben eine freie Entwicklung. Nachentwicklung kann man im Prinzip sagen, die dem Original doch sehr präzise nachempfunden ist. Es gibt auch andere Programme, die Sie kennen, die Ihnen vertraut sein dürften, wenn Sie vor 20 Jahren schon einen Windows Rechner benutzt haben. Da muss ich mal hier gucken. Ach nee, die Spiele haben Sie ausgelagert hier hin. Da wäre auch das Solitärspiel, das also auch sehr, sehr an das Original rankommt. Wir können jetzt auch, wie bei Windows sagen, wir drücken Ctrl-Alt-Entfernen. Und auch dieses Menü kommt Ihnen sicherlich dann bekannt vor. Und wir gehen hier auf den Task Manager. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, das hier erinnert mich doch wirklich sehr farbierend an das, was ich von damals kenne. Ja, schließen wir diese Programme hier also mal wieder. Und ja, da piept er. Und gehen wir mal hier in Einstellungen und Systemsteuerung. Auch Sachen, auch Marotten von Windows sind dabei. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt Absicht ist, ob das ein Easter Egg ist oder ob das irgendeinen tieferen Grund hat, den ich nicht verstehe. Wenn ich jetzt die Systemsteuerung öffne, die Symbole, auch eben auf dem Desktop, die bauen sich von hinten nach vorne auf. Nicht von oben nach unten, nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, von unten nach oben. Achten Sie mal da drauf. Also das ist schon eine Sache, die mich damals tiefgründig irritiert hat bei Windows. So, wir gehen mal auf System. Und da sehen wir also, das ist wirklich nicht der aktuellste Rechner. Ein Pentium 4 mit 1,6 GHz und 1024 1 GB Arbeitsspeicher. Und auch so Sachen wie, wenn wir den Gerätemanager öffnen, der sieht auch ziemlich vertraut aus hier. Das Gleiche stellen wir dann auch fest, wenn wir mal den Arbeitsplatz öffnen. Das brauche ich gleich sowieso. Das Laufwerk E, da müssen wir gleich mal drauf gucken. Kann ich schon mal vorbereiten. Und auch so Sachen wie, dass man mit der rechten Maustaste auf Start den Explorer öffnen kann. Das haben sie hier also auch nachimplementiert und hier kann man dann weitergehen. Die Icons, die sehen natürlich ein bisschen anders aus. Die hat man sich von Linux-Oberflächen geborgt. Die hat man da nicht selbst nachmachen müssen oder hat sich da nicht allzu eng an Windows orientiert. Aber darum geht es ja auch wirklich nicht. Ich möchte jetzt in dem Video eigentlich über drei Kernpunkte, auch Kernprobleme von diesem Betriebssystem sprechen. Das eine ist die Softwarekompatibilität, die Hardwarekompatibilität und am Ende die Stabilität. Softwarekompatibilität, Sie haben es vielleicht hier schon an der Seite entdeckt. Ich habe mal ein paar bekannte Programme runtergeladen. Gucken wir mal hier, dass wir da mal ein Bild geöffnet kriegen. Die waren hier glaube ich in ReactOS und Web und Wallpaper und dann nehmen wir hier mal den Fisherman. Ja, also das funktioniert. Was zum Beispiel nicht funktioniert ist, wenn Sie GIMP installieren. Das lässt sich installieren, lässt sich auch starten, allerdings dann nicht bedienen. Ich weiß nicht genau warum. Die Oberfläche kommt, das sieht auch alles in Ordnung aus, aber die Bedienung funktioniert nicht. Sie drücken mit der Maus irgendwo hin oder mit der Tastatur versuchen Sie ein Menü zu öffnen, das geht nicht. Also wir werden immer wieder sehen, dass es hier Limits gibt. Und ein anderes Programm, was ich vor einiger Zeit schon mal gezeigt habe, als wir Windows 3L von Windows 98 auf einem Raspberry Pi zum Laufen bekommen haben, auf einem Emulator, in einem Emulator. Das ist dieses Astronomy Lab, mit dem man, naja es ist ein uraltes Programm, mit dem man hier zum Beispiel sich anzeigen lassen kann, wann Sonnenaufgang, wann Sonnenuntergang ist. Wo ist hier jetzt die Grenze des Machbaren auf diesem System? Nun, wenn ich hier einen Graph versuche zu erstellen, dann erscheint er und dann wird er mir weggenommen. Normalerweise passiert das nicht, normalerweise bleibt dieser Graph stehen, aber hier unter diesem Betriebssystem, da ist irgendwas noch nicht fertig implementiert. Andere Dinge, um die man sich aktiv gekümmert hat, für die Unterstützung, das ist zum Beispiel der Firefox, der braucht jetzt hier auf dem älteren Rechner ein bisschen, bis er gestartet ist. Aber da sehen wir auch eine andere Grenze schon von diesem System, denn die Unterstützung für Software ist im Moment auf dem Stand von Windows XP. Software, die unter Windows XP lief, die läuft auch hier oder mit ein bisschen Glück läuft sie auch hier im Reaktor S. Sie sehen hier den Firefox mit einer älteren Oberfläche, es ist die Version 48, die hier mitkommt. Die letzte Version, die unter Windows XP lief, war die Version 52. Ob die hier läuft, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber die 48, die ist offenbar ganz gut getestet, angepasst, die läuft hier problemlos. Es ist natürlich vollkommen veraltet, ist glaube ich mittlerweile so vier, fünf Jahre alt, also bei weitem nicht mehr der neueste Stand. Die Problematik ist halt, wenn man versucht, so etwas wie Windows nachzuimplementieren, dann beginnt man natürlich vorne. Man beginnt bei den einfachen Sachen, bei den grundlegenden Sachen, bei den grundlegenden Zugriffen auf Ressourcen, auf das System und nicht bei den neuen Fancy-Sachen. So ein Windows entwickelt sich ja mit jeder Version weiter. Es kommen neue Funktionen dazu und das sind dann vor allen Dingen auch Multimedia-Funktionen, die mittlerweile aber vorausgesetzt würden von den meisten Anwendungen und deswegen nicht mehr funktionieren. Also wir können hier jetzt mal, rufen wir mal CC2-TV auf oder eigentlich noch besser ist es, wenn ich die Seite aufrufe, die ich hier irgendwo in den Lesezeichen habe. Nämlich, dann dachte ich mir, dann mache ich mir doch mal einen Spaß und versuche mal den alten Dateimanager, der bei Windows 3.1, bei Windows 3.1 dabei war, zu laden, zu installieren. Den hat Microsoft neulich als Open Source unter einer freien Lizenz herausgegeben. Sie sehen, hier war es. So sieht er aus, längst aus der Zeit gefallen, allerdings von der Gemeinschaft wird er jetzt, weil er unter einer freien Lizenz steht, weiterentwickelt und weitergepflegt. Und dann dachte ich mir, naja, das probiere ich mal aus. Ich beende mal den Firefox und dann gehe ich nochmal hier auf meinen USB-Stick und habe mir eine 16-Bit-Version geholt. Die funktioniert nicht. 16-Bit-Programme laufen hier nicht. Das ist ziemlich fies, beispielsweise, wenn man Programme aus dem Ende der 90er Jahre ausprobieren möchte. Denn die sind zwar dann meist schon 32-Bit-Programme, aber die Installationsprogramme dafür, um das überhaupt anlegen zu können, das Programm auf dem System installieren zu können, das sind uralte 16-Bit-Programme. Und da kommt man dann hier mit dem System leider an seine Grenzen. Die 16-Bit-Variante funktioniert also nicht. Und dann dachte ich mir, naja, gucke ich mal weiter, lade mir die aktuelle Version runter. Die funktioniert auch nicht, weil sie schon Systemzugriffe verwendet, die es unter Windows XP noch nicht gab. Und dann habe ich so einen Mittelweg gefunden. Eine ältere Version, als der Source-Code gerade freigegeben wurde. Eine der ersten Versionen, die dann danach kompiliert wurden, als 32-Bit-Version. Und das können wir mal hier starten. Das sieht soweit gut aus. Das Programm öffnet sich, baut die DAL-HEI-Struktur auf, aber dann kommt ein Fehler. Und ich komme hier hinten nicht dran, ich kann da nichts mehr machen. Er meckert mich an. Und der Fehler, wenn ich die Fehlermeldung wegklicke, ist das Programm weg. Also Sie sehen, die Grenzen des Ganzen sind schon sehr, sehr nah gefasst. Wenn wir die 16-Bit-Version versuchen aufzurufen, dann versucht er erstmal, dann sagt er jetzt erstmal hier, na, das geht nicht, 16-Bit-Applikationen sind nicht supportet im Moment. Und wenn ich das wegklicke, dann sehen wir, er versucht es als DOS-Programm aufzurufen. Diese Fehlermeldung, die da jetzt gerade kurz erschien, das war eine typische Fehlermeldung früher, wenn man unter DOS, unter reinem DOS versucht hat, ein Programm, was für Windows geschrieben ist, aufzurufen. Ja, das geht auch nicht. Jetzt glücklicherweise liefert ReactOS einen Anwendungsmanager mit. Da gucken wir mal rein. Das ist also, ja, unter Linux würde man sagen ein Repository, unter Android würde man sagen ein Playstore, der diverse Anwendungen anbietet, die hier mitlaufen sollen. Wir gucken mal hier bei Audio. Da sehen wir Audacity. Das sind auch alles nicht die alleraktuellsten Versionen, aber sie sind noch nicht so alt. Meist so um die vier, fünf Jahre. Also durchaus noch Dinge, die im Prinzip verwendbar sind. Oder hier unten der Winamp. Bei Video ist sogar der VLC dabei. Bei Grafik interessanterweise wird hier GIMP angeboten. Wie gesagt, bei mir läuft es nicht. Bei Internet und Netzwerk. Man kann sich sogar Web-Server installieren. Habe ich ausprobiert, funktioniert. Mail-Clients sind dabei. Diverse Browser, die aber auch alle nicht aktueller sind als der Firefox 48, den ich jetzt hier installiert habe. Bei Büro ist sogar, wenn wir hier gucken, hier in der Mitte. Und der LibreOffice immerhin in der Version 5. Wir haben jetzt die Version 7 aktuell. Also es geht durchaus. Man könnte sich hiermit im Prinzip einen Bürorechner zusammenstellen mit Software, die aktuell fünf Jahre alt ist. Wie viel Sinn das ergibt, müssen wir gleich noch drüber reden. Ja, Entwicklungsumgebungen sind auch möglich. Also Python kann man hier drauf laufen lassen. Und hier in den Sachen ist dann meist gar nicht so wirklich viel drin. Da kann man sich noch einen Taschenrechner holen. Hier kann man sich Treiber für diverse Sachen laden. Zum Beispiel hier auf dem Rechner, aber da komme ich gleich dazu, lässt sich der Soundausgabe nicht realisieren. Abgesehen davon, dass er halt piepen kann. Ist ja auch schon mal was. Bibliotheken sind ganz wichtig. Laufzeitbibliotheken, wenn Sie Programme, die in Visual C++ geschrieben sind oder in Visual Basic geschrieben sind, ausführen wollen. Windows bringt die normalerweise mit oder installiert die so nebenbei im Hintergrund, wenn sie gebraucht werden. Hier müssen sie extra installiert werden. Ein Problem hierbei ist durchaus, dass einige der Sachen, die hier angeboten werden, nicht verfügbar sind. Also Sie versuchen die runterzuladen und kriegen eine Fehlermeldung von wegen geht nicht, die URL ist nicht mehr gültig. Das ist leider wohl nicht ganz so gut gepflegt hier. Ja, kommen wir dazu. Also Eingabeaufforderung ist natürlich auch machbar, aufrufbar. Sie sehen auch hier unten, es meldet sich als Windows NT 5.2. Das war von Microsoft eine interne Bezeichnung für Windows Server 2003. Also ein System, was ein wenig nach Windows XP kam. XP ist ja jetzt dieses Jahr 20 Jahre alt und was aber noch vom System her, von dem, was es konnte, sehr nah an Windows XP angelehnt war. Ja, jetzt müssen wir mal über die Hardware sprechen. Ich hatte es ja schon gesagt am Anfang, dieser Rechner hier, der hat schon so seine 16, 17 Jahre auf dem Buckel. Ich habe versucht, das zu installieren auf einem ziemlich aktuellen Rechner, ein, zwei Jahre alt. Keine Chance. Auf einem elf Jahre alten Rechner versucht zu installieren, ebenfalls keine Chance. Das Installationsprogramm, das friert nach wenigen Sekunden ein und es ist nicht zu sehen, woran es liegt. Und dann habe ich immer ältere Rechner ausprobiert. Mit einem etwa 13 Jahre alten Rechner habe ich es dann hinbekommen. Da ließ es sich dann installieren. Das war allerdings eine 32-Bit-Architektur. Der Rechner hier ist auch eine 32-Bit-Architektur und hier läuft es noch besser, denn hier wird auch die Grafikkarte sofort erkannt, ohne irgendeinen Zutun. Habe ich hier zumindest diese 1024x768er Auflösung. Da können wir eigentlich auch mal reingehen. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste auf Desktop gehen und Eigenschaften. Das ist auch eine sehr vertraute Geschichte für Menschen, die damals schon mit Windows 2000 oder 98 oder sowas gearbeitet haben. Sound, habe ich schon gesagt, ging nicht. Den Netzwerktreiber, ich habe mir einen für diese Karte, das ist eine Allerweltskarte von Intel, die damals in den ganzen Mengen Geräte verbaut waren. Den habe ich mir runtergeladen, habe ihn hier installiert, nachträglich. Und das hat einwandfrei funktioniert. Wir haben hier unten in der Leiste das Netzwerksymbol. Ich klicke da mal drauf und da sehen wir also Verbindungen hergestellt. Sie haben wir eben gesehen, ich war im Internet, habe Internet aufgerufen. Und wo war es hier? Eigenschaften, naja, IPv4 reicht hier zum Spielen aus. Und IP-Adresse von DHCP ausgeführt. Und wenn wir hier einen Ping machen, dann geht das natürlich auch. Sie sehen hier übrigens auch so langsam, wie diese Zeilen rausgeschoben werden. Jegliche Hardware-Beschleunigung für diese Grafikkarte ist natürlich undenkbar im Moment hier auf dem System. Aber es geht im Prinzip. Und mit dem Internet, mit der Verbindung ins Internet, haben Sie natürlich auch die Verbindung in die große, weite Welt. Und haben viel mehr Möglichkeiten, hier Dinge auszuprobieren. Man muss natürlich auch dazu sagen, so eine alte Browser-Funktion, so eine alte Browser-Version ist natürlich auch eine Sicherheitslücke. Das kann man sagen, ist ja egal, ist ja für uns nur eine experimentelle Sache. Aber da lassen sich natürlich, wenn Sie da auf irgendwelche dubiosen Seiten gehen, lassen sich natürlich auch die Angriffe, die längst bekannt sind für diese alte Browser-Version, ausführen und damit entsprechender Schabernack treiben. Also da auf jeden Fall Vorsicht, experimentieren Sie damit gerne, aber gehen Sie damit nicht auf irgendwelche dubiosen Seiten und handeln sich da ein Botnetz ein. Wobei die Chance ja durchaus besteht, dass viele Botnetz-Software, Malware und sowas hier auf dem System gar nicht funktioniert. Und einen Virenscanner können Sie auch installieren, war in dem Anwendungsmanager auch dabei. Also, naja, im Prinzip kann man hier mit dem System eine ganze Menge Spaß haben. Wenn Sie sagen, also Windows 2000 ist wirklich nicht mehr mein Fall, ich hätte gerne eine andere Darstellung. Da gibt es hier, welche war das, die ein bisschen an Windows XP angelehnt ist? Die war es schon mal nicht. Gehen wir mal hier weiter. Ich hatte so das Gefühl, ja, das hier war die, die so ein bisschen wie Windows XP aussieht. Und Sie können aber auch modern nehmen und da muss ich sagen, oder die war es, die an Windows XP angelehnt war. Ja, Spielerei hier. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Oberfläche, jetzt in dieser modernen Variante, angenehm aufgeräumt, im Vergleich zu den oftmals völlig überfrachteten Oberflächen, die wir heutzutage haben. Vielleicht waren manche Dinge früher doch besser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier durchaus eine Sache, mit der ich mich ganz gut anfreunden kann. So, wir haben den Punkt Software abgehandelt, wir haben den Punkt Hardware abgehandelt, fast jedenfalls. Die Synthese von Software und Hardware wäre sozusagen eine virtuelle Maschine. Wenn Sie das ausprobieren möchten und nicht auf so einem alten, älteren Laptop oder älteren Computer ausprobieren möchten, haben Sie natürlich die Möglichkeit, das in der virtuellen Maschine zu machen. Die werden ganz gut unterstützt. Ich habe es selbst ausprobiert in der Virtual Box. Da blieben eigentlich weiter keine Wünsche offen. Da lief das ganz gut. Macht natürlich nicht so viel Spaß wie hier auf so einem echten System. So ein Rechner, den man irgendwie sowieso in der Ecke rumfliegen hat und den man dann alle zwei Monate mal rausholen kann für ein bisschen Nostalgie-Feeling. Aber es werden laut Webseite auch die anderen gängigen virtuellen Maschinen unterstützt. Kommen wir zur Stabilität von der ganzen Geschichte und das ist so das, wo es am meisten im Argen liegt. Ich habe aufgehört mitzuzählen, wie oft ich dieses System neu installiert habe. Wie oft es abgestürzt ist und sich danach nicht wieder neu beleben hat lassen. Es gibt auch einen Blue Screen of Death. Also den typischen Blue Screen, den Sie von Windows zu Genüge kennen, den hat man hier auch, so wie so vieles andere, sehr, sehr schön und sehr, sehr authentisch nachimplementiert. Den habe ich auch einige Male gesehen. Es fing damit an, ich habe GIMP ausgeführt und habe es nicht mehr beendet gekriegt. Und dann habe ich den Rechner einfach ausgeschaltet, hart ausgeschaltet, wollten wieder einschalten. Und da hat der Bootloader das Betriebssystem nicht mehr gefunden. Dann war eine andere Sache, ich war dann hier unten, das war gestern, ich war hier unten im Studio, wollte es ausprobieren, hier mit dem externen Monitor. Es ist übrigens so hier, der Bildschirm ist dunkel. Es ist auch nicht möglich mit der Tastenkombination, kriege ich ihn nicht hell. Und im System habe ich auch keine Funktion gefunden. Das zum Beispiel geht auch nicht. Also ich kann nur diesen Bildschirm hier verwenden oder diesen Bildschirm und das auch nur beim Boot festlegen. Und ansonsten habe ich da keine Handhabe. Ich habe da jetzt einen Vorschaubildschirm, deswegen kann ich hier einigermaßen zielsicher trotzdem agieren. Aber das sind eben alles so Kleinigkeiten. Dann wollte er wieder neu installiert werden, weil er dann nicht mehr hochkam. Er blieb irgendwann hängen. Es kann auch damit zu tun gehabt haben. Ich habe eine Maus angeschlossen, eine USB-Maus, die problemlos funktionierte, die er sofort erkannt hat. Aber wer weiß, nach dem nächsten Neustart ging es nicht mehr. Was aber auf jeden Fall gut geht. Man freut sich ja hier über die kleinen Dinge, die funktionieren. Ich habe einen USB-Stick angeschlossen und ohne irgendeinen Meckern und Moppern hat dieser Stick funktioniert. Ich habe dann pragmatischerweise, weil ja so viele andere Sachen noch waren, weswegen kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weswegen der nicht mehr neu installieren wollte, Da habe ich die ganzen Programme auf den USB-Stick geschoben. Sie haben das hier eben ja gesehen, die ganzen Installationsprogramme. Und dann konnte ich ganz schnell das System, so wie es war, wieder herstellen. Ja, eine andere Sache ist, zeitgemäß, wie gesagt, der Stand der Unterstützung ist irgendwo im Jahr 2003 etwa im Moment stehen geblieben. Das ist einfach bei so einer Mammutaufgabe und so wenig, leider, Entwicklungsressourcen wahrscheinlich einfach ein Faktum, was wir akzeptieren müssen. Das bedeutet auch, wenn Sie das installieren wollen, es gibt zwar eine Möglichkeit, eine Beschreibung, wie Sie das von USB, von einem USB-Stick installieren können, sollen. Ich habe das ausgeführt, das ist eine Formelei insgesamt und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Es ist wahrscheinlich auch wieder eine Inkompatibilität mit dem Rechner vielleicht. Also bleibt ein zeitgenössisches Medium, diese plattgedrückten, plattgewalzten Disco-Kugeln, die damals vor 15, 20 Jahren noch allgegenwärtig waren. Darüber geht es, darüber lässt es sich dann problemlos installieren. Es gibt eine Live-CD, die Sie ausprobieren können, wo Sie es direkt von der CD starten können. Und es gibt die Boot-CD. Es ist nicht beides in einem, sondern es sind zwei verschiedene Images, die Sie herunterladen müssen. Aber das System, weil es eben so klein ist und vielleicht, weil es noch gar nicht so viele kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es eben diesen ganzen alten Ballast nicht mitschleppen muss. Das System ist ungefähr, wie das Image ist, um die 170 Megabyte, glaube ich, groß. Also wirklich eine überschaubare Datenlänge für so ein komplettes Betriebssystem. Eigentlich durchaus eine beachtenswerte Geschichte. Man hat natürlich nicht komplett das Rad neu erfunden. Oder sagen wir, man hat nicht das Auto neu erfunden, aber die Räder und so einige andere Teile. Aber andere Teile, da hat man sich bedient. Es gibt ja beispielsweise, das kennen Sie sicherlich, Wine, die Abstraktionsebene unter Linux und macOS, mit der es möglich ist, Windows-Programme mehr oder weniger gut aufzurufen. Da hat man sich natürlich bedient. Da ist freier Source-Code, den man verwenden konnte, Codefragmente, die man hier übernehmen konnte. Und auch ganz andere Beispiele im Kernel hat man sich bei anderen Projekten bedient, die auch nicht so richtig aus dem Quark gekommen sind. Also ein wenig Synergieeffekte sind schon da. Man war zum Glück nicht so wahnsinnig und hat wirklich alles ganz neu gemacht. Aber doch ist es ein Betriebssystem, das nicht Linux ist, nicht macOS ist, nicht iOS ist, nicht Windows, sondern eine tatsächliche Eigenentwicklung. Eine tatsächliche, ganz neue Geschichte. Ja, damit habe ich so erstmal alles gezeigt. Wir können hier nochmal im Startmenü gucken. Also das ist wirklich vertraut. Gucken Sie mal Drucker und Faxgeräte. Das kann man sogar in der deutschen Behörde einsetzen. Ich habe sogar gelesen, also in Einzelfällen, es ist ja wirklich, wie Sie wahrscheinlich jetzt rausgehört haben, nicht für den Produktiveinsatz geeignet. Aber es in Einzelfällen vielleicht doch. Also es soll wohl auch einzelne Maschinensteuerungen geben mit älteren Maschinen, die aber noch tadellos funktionieren. Und aber eine alte Software haben, die unter neuen, modernen Betriebssystemen nicht läuft. Da ist ReactOS wohl in wirklich ganz vereinzelten Fällen im Einsatz. Hier gucken Sie mal Putti, das Terminal, mit dem Sie sich über SSH mit anderen Rechnern verbinden können. Also so Programme, so relativ kleine Programme, die nicht so viele Ressourcen brauchen, nicht so viele Multimedia-Features haben. Die laufen hier durchaus. Gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich mal zum Fazit. Also, nette Idee und nichts dahinter? Keineswegs. Ich finde es hervorragend, dass es so ein Projekt gibt, dass es so ein Konzept gibt, dass es Menschen gibt, die zeigen, es ist eben möglich, neben den großen Betriebssystemen nochmal etwas ganz Neues zu entwickeln. Und selbst wenn es scheitert, wir können alle nicht in die Zukunft schauen, selbst wenn sich herausstellt, dass die Community einfach zu klein ist für so eine Mammutaufgabe und es auch keinen Willen gibt, da mehr Geld reinzubuttern, dann war es den Versuch auf jeden Fall wert. Weil vielleicht verschwindet das Betriebssystem irgendwann, aber die Ideen, die Konzepte und das Bewusstsein dafür, dass so etwas prinzipiell funktioniert, dass so ein Betriebssystem, naja, fast von der Funktionalität her mit dem herhalten kann, was wir heute auf unserem modernen Betriebssystem haben, das ist es auf jeden Fall wert. Und wenn Sie Spaß daran haben, wenn Sie so einen alten Computer haben oder wenn Sie es auch nur in der virtuellen Maschine ausprobieren wollen, dann machen Sie das. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn die Hälfte von dem oder mehr als die Hälfte von dem, was Sie damit probieren, nicht funktioniert. Gehen Sie ohne Erwartungen da dran, dann ist die Überraschung größer, wenn dann doch etwas funktioniert. Und denken Sie daran, machen Sie das nicht auf Produktivsystemen. Es kann, das System hat diverse Bugs und auch die Festplatte, die Festplattenpartitionierung kann Ihnen zuhauen werden. Machen Sie auf jeden Fall ein Backup, wenn Sie auf dem Rechner, mit dem Sie es probieren, wichtige Daten haben. Also machen Sie das Backup vorher und dann geht auch nichts schief. Ich gehe jetzt gerade und zwar aus dem Bild, wünsche Ihnen alles Gute. Heute in zwei Wochen gibt es das nächste Video und denken Sie daran, wir finanzieren uns überwiegend durch Ihre Spenden. Wie Sie uns unterstützen können, steht entweder unter dem Video, je nachdem, wie Sie dieses Video schauen oder ansonsten auch hier auf der Tafel, die jetzt in wenigen Sekunden erscheint. Bis neulich, Ahoi! Bis neulich, Ahoi!